Moin! Chocolate Factory sitze ich hier mit, oder ich sitze hier gerade mit Chocolate Factory am Tisch, so rum. Das hier ist die Version von LA Cat Games. Das Ganze kommt demnächst raus, auf Deutsch, bei Skellig Games. Die brachten also eine deutsche Lokalisation zu dem Spiel. Und das Spiel wurde uns auch von Skellig Games zur Verfügung gestellt, einfach um es mal ein Video zu machen. Nach dem Video geht das dann weiter per Post. Deswegen schönen Dank dafür. Und wir haben es jetzt auch ein paar Mal gespielt. Wer zu Tisch gesehen hat, oder verfolgt hat, der weiß. Er weiß auch, dass das so ein bisschen so eine Achterbahnfahrt ist. Und das gucken wir uns das Ganze nochmal im Detail an. Das Spiel ist von Matthew Dunstan und Brad J. Gilbert. LA Cat Games kennt man vor allem, also ich kenne es vor allem von Tinner's Trail, von der Neuauflage, Martin Wollens Spiel. Das kam im letzten Jahr. Dieses Spiel ist 2019 erschienen. Und ich glaube, noch bekannter sind so Spiele wie, ich glaube, Kitchen Rush ist da auch rausgekommen. Oder Dice Hospital und so. Habe ich alle nie gespielt. Aber ich meine, die kommen aus der Ecke. Aber wie gesagt, korrigiert mich da, wenn ich da völlig falsch liege. Ich weiß aber, dass diese beiden Matthew Dunstan und Brad J. Gilbert zum Beispiel gemacht haben Elysium. Das ist auch ein Spiel, das wurde in den Anfangstagen unseres Kanals. Da hatten wir dann ein Video. Und zu der Zeit habe ich es auch öfter mal gespielt. War durchaus gutes Spiel. Aber ich habe das irgendwie dann aus verschiedenen Gründen, hat mich da so ein paar Sachen einfach so gestört. Aber das ist jetzt auch gar nicht Thema hier, dieses Spiel. Denn wir reden über Shocked Factory. Gucken rein. Gucken nochmal hier so auf die Daten. Ein bis vier Spieler. Da komme ich gleich mal zu. 60 bis 90 Minuten. Ja. Und ab 14. Wir sind hier so im Kennerspielbereich definitiv unterwegs, sage ich mal. Von daher würde ich vielleicht sogar ab 12 oder so sagen. Aber oft ist das ja auch so ein bisschen so mit kleinen Teilen und so eine Sache. Nicht, dass zwölfjährige Holzteile essen. Aber naja. Chocolate Factory. Wir gucken uns das Spiel jetzt einfach mal an. Ich werde euch keine Regeln erklären, wie immer. Sondern gebe euch einfach einen Überblick. Erzähl auch mal so ein bisschen, was der Solo-Modus anders macht. Den habe ich auch gespielt. Und dann schauen wir einfach mal, was das Spiel denn so bei uns gerissen hat. Im Endeffekt. So. Wir haben eine Schokoladenfabrik. Wer hätte das gedacht? Und arbeiten über eine Woche. Es geht los am Montag bis zum Samstag. Das sind also die Spielrunden. Und hier sehen wir immer angegeben 5 bis 10. Das ist die Anzahl an Kohle. Das heißt, jeder Tag beginnt damit, dass wir eine Kohlenausschüttung kriegen. Da brauchen wir uns schon mal nicht zu kümmern. Die sind einfach da. Wobei die am Anfang eher knapp sind. Gegen Ende kann sich das eigentlich, diese Knappheit, ein bisschen in Wohlgefallen auflösen. Hatte ich das Gefühl. Kann aber auch sein, dass es auch knapp bleibt. Dass man irgendwie dann doch am Ende nicht so richtig den Zug machen kann, den man möchte. Weil einfach die Kohle knapp ist. Denn wir gucken hier weiterhin. Hier haben wir unsere Fabrik. Noch sind hier diese Holzpaletten auf dem Fließband leer. Wir haben hier verschiedene Fabrikräume. Drei Stück sind es am Anfang. Die tun eben Dinge. Die machen hier aus Kakaobohnen, machen die so einen Schokoladenrohling. Ja, Kokoamasse. Und das, dieses Fabrikteil hier wertet auf. Denn wenn wir mal gucken, wir haben hier verschiedene Schokoladen. Das sind alles Schokolades. Es geht los hier mit der Kakaobohne, von der eben die Rede war. Hin zur Kakaomasse. Dann kann man aus dieser Kakaomasse bauen. Chocolate Bars sieht man hier sehr schön an diesen einzelnen. Ich halte das mal ein bisschen dichter ran. Sieht man sehr schön hier an diesen einzelnen Tafeln. Oder Schokoladenstücken, die man da wegbrechen kann. Und Chocolate Fingers. So, ne. Sehen wir mal. Sagen wir mal Schokoriegel, ne. Und dann kann man das Ganze, die nächste Aufwertung, die man machen kann, wenn man sie braucht. Komme ich gleich nochmal dazu. Sind Bonbons. Und das wären in dem Fall Karamell- oder Nussbonbons. Und man kann das Ganze auch noch als Boxschokolades, also Pralinen, aufwerten. So, dafür brauche ich Maschinen. Das kann ich am Anfang alles so noch nicht so richtig bewerkstelligen. Hier sehen wir, was das Ganze kostet. Wenn ich dran bin, habe ich hier 1, 2, 3 zur Verfügung. Drei weitere Plättchen, die ich hier reinschreibe. Conveyor-Teils. Ich weiß nicht, wie sie dann im Deutschen heißen werden. Und zwar, wenn ich dran bin, in meiner Runde, lege ich das Ganze hier drauf und schiebe das so rein. Eben das klassische Fließbandsystem. Es fällt eins raus und ich spiele in 1, 2, 3 Schichten. Das heißt, ich mache das dreimal und jedes Mal, wenn ich so ein Teil da reinschiebe, kommt da eine Kakaobohne gratis raus. Auch um die muss ich mich nicht kümmern, aber ich muss eben aus der Kakaobohne ein paar schicke Sachen machen. Jetzt haben wir noch ein paar Sachen, die sich vor dem Spiel abspielen. Ich habe hier Aufträge liegen. Das heißt, wir spielen also ganz klassisch dieses Auftragssystem durch, bauen also Ressourcen um zu anderen Ressourcen, graden die ab, vermehren die, um das Ganze dann natürlich hier zu verkaufen. Hier zweimal Pralinen-Schachteln für 7 Dollar, Pfund, Entschuldigung. Dann haben wir hier jeweils eine Sorte Bonbon für 6 Pfund und hier haben wir dann nochmal 2 Pralinen-Schachteln. Da bringen sie allerdings schon 11. Das Problem ist bloß, das ist ein Medium-Auftrag. Hier unten steht das. Und um so einen Medium-Auftrag zu erfüllen, also zum Beispiel jetzt diese Pralinen-Schachteln, da gibt ja doch wesentlich mehr Geld da, ich muss zuerst die untere Reihe erfüllen. Das heißt, ich müsste zuerst diese Bonbons bezahlen, am Ende einer Runde, so, gebe das ab, dann markiere ich das Ganze als bezahlt, trage mir hier auf meiner Leiste 6 Pfund ab. Und wenn ich dann auch doch diese Pralinen-Schachteln habe, kann ich sie in diesem Zug auch machen oder ich mache es in einem weiteren Zug und dann würde ich nochmal 11 bekommen. Ich habe hier 6, dann bin ich schon bei 17. Das Ganze geht immer bis 50, wenn ich einmal rum bin, nehme ich hier so eine 50 Pfund Münze und es geht wieder bei 0 los. Am Ende wird geguckt, wer die meisten Punkte hat, ganz easy. Ja, was ist noch wichtig? Ich kann nicht nur an diese, oder ich habe auch andere Möglichkeiten, als an diese Small oder Corner Shop, Corner Shops heißen sie, zu liefern. Ich kann auch in die großen Department Stores gehen. Das wäre hier, das ist hier die Palace Boutique, Fresh Fancy's, Salters Imperium, House of Luxury und Dunstan & Gilberts. Die haben jeweils eine Vor- und Rückseite und je nachdem, was sie haben. Hier Fresh Fancy's zum Beispiel, wir jetzt Tafeln haben, Schokolade, es gibt aber auch Seite B, da wollen sie Chocolate Fingers. So, und wenn ich am Ende der Runde, sagen wir mal, gehen wir ruhig zu Fresh Fancy's, Schokolade habe und ich hätte jetzt produziert mit meinen Maschinen, drei Tafeln Schokolade und habe vielleicht gerade jetzt, so, die liegen jetzt hier im Lager und hätte jetzt eben nicht vor, das Ganze über meine kleinen Aufträge abzuwickeln, dann kann ich die unter Umständen, da komme ich gleich zu, Fresh Fancy's geben. Dann würde Fresh Fancy's das Ganze nehmen, so, und ich hätte hier eins, zwei, drei. Am Ende wird hier geguckt, welcher Spieler denn am weitesten voran ist. Ich habe ganz bewusst nur für einen Spieler aufgebaut, warum, erzähle ich gleich, es sind ja noch beim Überblick. So, des Weiteren geht die Runde los, denn ich kann nicht ohne weiteres bei Fresh Fancy's bestellen. Dafür brauche ich einen Employee, der Fresh Fancy's beliefert, in diesem Fall einen Director, und ich habe von jedem Haus, gibt es so einen Kartenstapel eben, und diese Leute wähle ich zusammen mit einem Fabrikteil zu Beginn der Runde aus. Je nachdem, wie ich spiele, mit wie vielen Leuten am Tisch ich da sitze, muss ich Fabrikteile und diese Herrschaften hier stückeln. Die gibt es in unterschiedlichen Stückelungen, mal zwei, zwei, bei zweien gibt es sogar einen Dreier. Da liegen dann so drei Employees aus, und davon suche ich mir aber trotzdem nur einen aus. Den habe ich auch nur in dieser Runde, diesen Employee. Der bringt mir eine besondere Zusatzfähigkeit, der hier gibt noch mal zwei Kohle. Wenn ich hier zum Beispiel Fresh Fancy's diesen Director hätte, da habe ich gerade hier von drei Feldern geredet, double the number of spaces you move if you fulfill. Das heißt, ich hätte hier sogar sechs. Sehr, sehr interessant im Grunde, wenn man es denn beliefern kann. So, aber nur, wenn ich eben auch diesen Director, das muss nicht der Director sein, aber es muss ein Employee von Fresh Fancy's sein, nur dann kann ich am Ende der Runde eben auch an Fresh Fancy's liefern. Das heißt, ich sehe am Anfang der Runde, wohin ich liefere, sehe aber auch, wo die anderen hin liefern. Es läuft also während der Runde irgendwie kein Wettbewerb ab, liefert einer hierhin oder dahin, geht nicht. Es gibt, glaube ich, einen Employee, der das kann, der woanders hin liefern kann, aber das weiß man, wenn er im Spiel ist. So, dann gibt es eben diese Maschinenteile, auch die besorge ich mir, wie gesagt, so per Auslage. Die werden mit der Zeit immer mächtiger. Es gibt hier A's und B's, verbrauchen aber auch immer mehr Kohle, machen aber auch immer eben immer mehr Feds, diese Leute. Hier kann ich zum Beispiel für Schokoladenmasse eben diese zwei Tafeln Schokolade produzieren. Und dann würde ich jetzt hier, das Ganze läuft dann eben so ab, dass ich hier eine Kohle abgebe, lege ich hier drauf, um zu wissen, habe ich benutzt in dieser Schicht. Und daraus wird dann eben aus dieser Kakao diese Schokoladenmasse. Dann habe ich hier unten eben diese Schokoladenmasse, würde nochmal zwei von der Kohle bezahlen. Und hätte hier vielleicht diese beiden. Chocolate Fingers ist eben doof. Wenn wir dann eben tatsächlich für Fresh Fancies produzieren wollen, produzieren die an dieser Stelle, Quatsch, an dieser Stelle produzieren sie eben Schokolade. So, und jetzt käme die zweite Schicht, das ist, denn ich habe, letzten Endes hier alles gemacht, das Ganze ist benutzt, ich räume das ab. Habe jetzt aber auch nur noch, wir sind hier am Dienstag, ich habe mir da sechs Kohle hingelegt. Tatsächlich habe ich hier zwei Stapel gemacht, daran lag es. So, wir sind hier am Dienstag, sechs Kohle habe ich mir hingelegt. Schiebe das Ganze hier rein, habe wieder eben diese eine Kakaobohne, die ich jetzt erstmal rösten könnte zu diesem Gerät. Und dann würde das theoretisch, dann wäre allerdings auch alles weg. Und ich hätte dann nochmal wieder zwei Schokoladen. So, das Ganze wird dann, nehmen wir mal hier den dritten, schieben den hier hoch. Das wäre dann die letzte Schicht. So, und ihr seht, es läuft noch nichts hinten raus. Nur was hinten rausläuft, landet auch in meinem Lager und kann auch verkauft werden. Was hier auf diesen Conveyor-Teils liegt, kann ich nicht verkaufen, kann ich nicht in den Auftrag stecken, kann ich nicht an die Corner-Shops liefern, kann ich nicht an die Department-Stores liefern. Ich habe aber hier diesen Shoot hinter sich. Und über diesen Shoot, kostet gar keine, so ein Hinterausgang, und kann das, was da drauf liegt, dann eben auch hier raus ausliefern. Kann das Ganze aber eben vorher noch mit Maschinenteilen, die ich mir vorher eben auch drafte, wieder zusammenbasteln. So muss ich eben passen zu meinen Aufträgen, passen zu meinen Plänen, was diese hier so bringen, einfach mir meine Karten, meine Fabrik zusammenbauen. Ich kann auch das Ganze drüberlegen, wenn ich sage, okay, jetzt brauche ich keine Pralinschacht für mich, aber ich brauche weiterhin rasend viele von diesen Schokoladenteilen, lege ich dann das hier hin. Oder ich lege das hier hin. Kostet mich zwei, zweimal Ruß, hatte ich bald gesagt, Kohle. Und ich kann bis zu drei Teile upgraden, das geht dann immer eben in dieser Reihenfolge, oder ich kann ein Teil dreimal upgraden. Das ist auch schon echt spannend, das Ganze, was man da so machen kann. Es gibt eine Menge zu bedenken. Es ist ein Puzzler. Das ist im Grunde eigentlich alles, was ich jetzt erzählt habe. Es ist ein Puzzler, ganz klar. Es ist ein Ressourcen-Puzzler, Ressourcen-Management, wer auf Ressourcen-Management oder Ressourcen-Puzzle-Lie, sage ich mal, vielleicht sogar in diesem Fall keine Lust hat, der ist raus. So muss man das ganz einfach sagen, das ist ganz klar. Ich habe dieses Spiel eigentlich in allen, ich habe es nicht zu dritt gespielt, ich habe es alleine gespielt, ich habe es zu zweit gespielt, ich habe es zu viert gespielt, zu viert hat es mir überhaupt gar nicht gefallen. Da fange ich einfach mal mit an. Denn all das, was ich jetzt erzählt habe, was auf diesem Tableau läuft, passiert gleichzeitig. Das Einzige, was man dann eben zusammen macht, ist diese Leute da raussuchen. Und auch da ist es so, dass man ja eigentlich auch gar keinen Einfluss hat. Man nimmt das einfach, wenn man dran ist, guckt man sich das an, fiebert vielleicht so ein bisschen, oh, den könnte ich gebrauchen. Denn am Ende gibt es, je nachdem, wie ich hier verteilt bin, in diesen Department Stores, kann ich Punkte bekommen. Tja, das ist so das. Und dann weckelt jeder, im Grunde zeitgleich, steht auch so drin, auf seinem Brett rum. Zu zweit haben wir es dann so gemacht, dass wir es abwechselnd gespielt haben. Dann guckte man zumindest so ein bisschen zu zweit, kann man auch vielleicht mal so ein bisschen gucken, was braucht der eine, was braucht der andere. Kann ich da vielleicht da in der Richtung ein bisschen Einfluss ausüben auf seinen Erfolg oder vielleicht auch nicht. Aber zu viert hätte man das nacheinander gemacht, wäre das Ganze noch langweiliger gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen zu viert, Hakenhinter würde ich niemals wieder anrühren. Zu dritt habe ich dann auch gar nicht mehr probiert. Ich würde dieses Spiel zu zweit spielen, da fand ich es gut. Und es hat auch einen Solo-Modus und da kommt dieser Factory-Manager ins Spiel. Bei diesem Factory-Manager ist es so, dass es sowohl Weekly-Targets gibt, das lege ich mir aus, und dann gibt es für jeden Wochentag ein Demand. Zum Beispiel zusätzlich eben noch drei Pralinen-Schachteln oder dieses hier, das heißt im Department-Store einmal, das heißt immer zurückgehen, ein Feld zurückgehen können. Es gibt sogar irgendwie so ein Weekly-Target, wo ich acht Felder insgesamt in diesen Department-Stores zurückgehen muss. Das heißt, ich muss da großartig drauf gespielt haben. Es geht dann nicht mehr in erster Linie um, wer das meiste Geld hat, der gewinnt das Spiel natürlich, aber ich bin ja alleine am Tisch in dem Fall. Und dann geht es eben darum, dass ich vielleicht eine gewisse Summe erreichen muss. Zum Beispiel hier sechs Cornershop-Aufträge am Ende erfüllt haben, plus 40 Pfund, also mindestens hier gelandet sein. Da, so rum geht's. Und ich muss eben diese ganzen Demands, die ich habe, auch noch erfüllt haben und am Ende bei diesen 40 Pfund gelangt sein. Das ist schade knackig, knackig, muss ich sagen. Ich habe das Ganze, ich habe es einmal bisher solo gespielt, das gebe ich zu, öfter noch nicht, würde das aber unter Umständen noch öfter mal solo rausholen, komme ich da nochmal dazu, und habe es um einen Chocolatfinger nicht gepackt, das zu erfüllen, was ich noch brauchte. Und das war schon interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Was man sehen muss, ihr seht hier ganz viel Kleinkram, Kartenstapel, Kartenstapel, Karten nehmen, ausbreiten. Man muss halt auch ein bisschen Lust haben, sich das Ganze aufzubauen im Solo-Format. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, wenn ich jetzt Solo spiele, möchte ich einfach irgendwie kurz in die Box greifen, ein bisschen zocken und dann nicht jetzt groß irgendwie was aufbauen, mir. Bei mir liegen immer noch so ein, zwei GMT oder andere Solo-Wargames. Da muss ich natürlich noch viel mehr aufbauen, da muss ich aber mal ran. Aber deswegen, wenn ich so sage, ich möchte jetzt mal so eine halbe Stunde Solo-Zocken, muss ich mir hier halt im Klaren sein, ich muss es erst mal so ein bisschen aufbauen, habe eben auch so einen kleinen Buchführungsanteil. Aber die Puzzlelei mit diesen Ressourcen macht mir am Ende des Tages dann doch Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur eben nicht zu viert und wahrscheinlich auch nicht zu dritt. Maximal zwei Spieler oder eben alleine. Ja, aus diesen ganzen Gründen bin ich jetzt dabei. Ich habe also geguckt, wie ich angespielt. Ich habe es jetzt eben nicht rezensiert in unserer Solo-Gespiel, Ecke, weil wir eben alle, so gut wie alle möglichen Kombinationen durchhaben, auch mehrmals durchhaben. Und deswegen bin ich hier bei sechseinhalb Punkten. Sechseinhalb guten Punkten, muss man sagen. Es ist ja immer noch über den Durchschnitt. Aber es ist eben für drei und vier Spieler, mir persönlich, ein bisschen zu wenig, was ich da einfach tue. Gar nicht mal jetzt von der Komplexität, sondern vom Spielerlebnis einfach her. Das war nicht das, was ich mir dann so erwarte, wenn ich so mich an einem Montagabend da in unserer Runde treffe und das Ganze zu viert dann einfach durchzocke. Da war ich schon froh, als es zu Ende war und wir noch was anderes spielen konnten. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Und das lag eben, wie gesagt, nur an dieser gleichzeitigen Spielweise, die aber nacheinander genauso wenig Sinn gemacht hat in diesem Fall. Spielst du zu zweit, spielst du alleine, dann seid ihr gut dabei. Oder ihr sagt, das ist uns völlig egal. Sehe ich komplett anders. Und das würde mich natürlich auch interessieren, wie ihr das seht bei solchen Spielen. Wie handhabt ihr das? Mir geht es jetzt gar nicht darum, ich brauche hier Interaktion, ich muss irgendwie, das ist natürlich immer schön. Natürlich Interaktion gut ist hier natürlich so gut wie gar nicht da. Aber ich finde, das hier ist nochmal zum gefühlt interaktionslosen Spiel nochmal eins weiter gedacht. Also es ist im Grunde nochmal, ja, Multiplayer solitär wird gesagt, ist das hier ganz klar. Ist es irgendwo und noch stärker ebenso als bei vielen anderen Euros. Aber so, ich bleibe nochmal dabei, wiederhole nochmal, spielt es alleine, spielt es zu zweit, mögt ihr Ressourcenpuzzle, habt da Spaß. Thema ist toll. Und diese Produktionswege und so, das ist ja eigentlich auch was, was mir liegt und was ich gerne mag. Das ist ganz einfach so. Ich mag auch Ressourcenmanagement, da gibt es auch gar kein Vertum. Und ich bin mir sicher, Ellie würde dieses Spiel auch sehr mögen. Wir haben es noch nicht gespielt, wir werden es spielen, wenn die deutsche Version da ist. Aber das ist auf jeden Fall, da kann ich von ausgehen, das wird sie mögen, weil die spielt ja noch gerne, noch lieber, interaktionsloser und von daher, oder interaktionsärmer, sagen wir so. Ja, von daher denke ich, wird das ankommen. Das war's. Chocolate Factory. 6,5 Punkte, 6,5 gute Punkte und jetzt wo es hier liegt, sage ich ganz ehrlich, ich spiele es direkt mal solo, dann habe ich da direkt die zweite Partie hinter mir, denn das hatte ich gesagt, warum? Alles klar, macht es gut, in diesem Sinne schreibt was Schönes rein, ich bin gespannt, wie ihr das seht. Ich weiß, das Spiel ist ja 2019 auf dem Markt, viele haben es schon gespielt oder hatten auch den Kickstarter damals mitgemacht, deswegen erzählt mir mal von euren Erfahrungen. Bis dahin, besten Dank und tschüss.